Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Terminator Resistance. So, wir haben den Dr. Mac ja so persönlich noch nicht getroffen, aber er hat uns hier ein bisschen an der Nase herumgeführt, dieser Schlingel. An Glotzen tut er uns immer noch. Wir sollen ihm was beschaffen, und zwar ein... Was war das? Eine Spinne? Ein Spinnenaufklärer? Genau. Wir werden erstmal eine Runde safen. Dann gucke ich mal, ob wir noch was Sinnvolles herstellen können. Ja, das ist immer sinnvoll. Vielleicht noch ein paar Dietriche. Nicht übertreiben. Gut, Karte. Das haben wir alles durch. In der Mac. Skynet hat dieses Ort komplett übergebracht. Ich könnte etwas über das tun. Außenposten. Jawohl, das gibt wieder... große Erfahrungspunkte. Und diesmal nicht vergessen... das Ding explodiert. Wenn ich es hecke. Genau. Genau. Drei. Okay. Okay. Drei Geschütztürme sehe ich schon mal. Mal gucken, ob ich irgendwie von hinten wieder rankomme. Sieht schlecht aus. Oder? Nee. Sieht gar nicht schlecht aus. Mal gucken, ob ich die wieder irgendwie übergehen kann. Nee, nicht übergehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Falsche Seite. Oder? Nee. Was? Oh, was ist das? Ich versuch mal den Brutforce. Mit diesen Chips hast du eine Chance von 50% auf einen erfolgreichen Hack. Chip für Hack wählen. Chip zerstört. Das ist zu schwer. Wieso habe ich Schaden bekommen? So ganz vorsichtig. Wo ist der Hauptcomputer? Ach du Scheiße. Ist ja richtig action. So ganz vorsichtig. Oh, was ist der Punkt. Oh, das wird nicht einfach. Ich denke mal hier irgendwo mittig. Ah, ich kann nicht drunter. Sehr gut. Ja, ich kann nicht drunter. Ja, ich kann nicht drunter. Entweder unter mir oder über mir. Ach du Scheiße. Mittendrin in der Todeszone. Ja, ich kann nicht drunter. Ja, ich kann nicht drunter. Da geht's hoch. Ja, ich kann nicht drunter. Nicht sehen. Ach, der Scheiß-Hauptcomputer. Geh weg. Bleib stehen. Ja, ich kann nicht drunter. Ja, ich kann drunter. Ja. Ja. Ich kann drunter. Ja. meine los turm du machst es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Scheiße! So, oben bin ich schon mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, du Scheiße! Ja! Die anderen auch gleich Jetzt kann's losgehen hier! Ich muss den Türmen ein bisschen helfen Ja! Alle weggesnackt! Was machen die denn hier oben? Was machen die denn hier oben? Was machen die denn hier oben? So, dann können wir jetzt gemütlich den Hauptgenerator suchen. Oh ja! Ach du Scheiße! Oh ja! Oh ja! Genau, geh mal hoch. Ein kleines Midi-Pack hab ich noch. Habe ich. Hore ich mal schnell die Munition. Oh! Läuft doch! Okay. Das muss ja auch noch runter gehen, also ich hatte ja noch unter mir. Immer noch. Aber wo geht's runter? Da wird der Scheiß nämlich auch sein. Oh ja! Oh ja! Das muss ja jetzt maldessus? Tschüss. Fortsch. Fortsch. combien? Ich schütter mich jetzt hier nicht. Ich schütte dich um. Ich schütte dich um. Ich schütte dich um. Gut, jetzt müssen wir nur noch das Turret hier austricksen. Und noch einmal. Ich will dich hacken. Ich will dich doch nur hacken. Okay. Du bist mein. Da vorne ist unser Feind. Schieß. Jawohl. Schieß. Schieß. Er kommt. Warum schießt du nicht? Er kommt. Jo, die Dinger müssen aber Wumms haben, ey. Dankeschön. So, hier wollen wir noch gar nicht gucken. Liegt noch irgendwas? Nicht noch irgendwas? Hä? Ernsthaft? Na gut. Gut. Hier ist die Zentrale. Gut. Also, wir müssen wieder... Oh. Ist hier noch was drin? Doch. Yes. Also. Hacken. Dann. Raus. Links. Links. Hoch. Geradeaus. Auf. Nichts. In der Mitte. buddies. Auf. vertraust. Auf. Auf! 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 Mist. Uns fehlen 43 EP. Gut. Ähm. Ah ja, da sollten wir auch noch hin. Machen wir natürlich auch erst. Das sind unsere 43 EP. Was? Echt, 4. 4 fehlen noch. 4, 4, 4. Oh, hier kann ich was auch sprengen. Ach, geht nur mit Sprengstoff, ne? Sieht eng aus mit Sprengstoff. Warte mal. Wir haben doch... Offensivgegenstand. Was hab ich da eigentlich ausgerüstet? Ein Täuschkörper. Da haben wir unseren Erfahrungspunkt. Also. Unseren Fertigkeitspunkt. Ah ja. Doll war jetzt nicht, ne? Aber egal. So, dann können wir gleich die Dings ausrüsten. Und die Dosengranate. Für schalechte Zeiten. Und ich glaube es hier, hier ist auch, äh... Ebbe. Ich hab sie gar nicht gesehen. Puh. Ich hab sie gar nicht gesehen. Ich hab sie nur Piepenhörn. Gut. Oh, hallo. Ich bin zu leichtsinnig. Ich bin zu leichtsinnig. Aber irgendwann leer noch ich. Okay. Gut. Dann sind wir gleich bei der Nebenmission. Dann mach ich jetzt hier wieder einen kleinen Cut. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr wirst ja liken, kommentieren und abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Jutti. Bis dann. Ciao, ciao.